So, my friends, ich bin jetzt hier in Georgs Bude angekommen. Hinter mir seht ihr hier den Malte, der ist am Start mit den letzten Vorbereitungen. Der Greenscreen ist auch da, wenn es dann nämlich in Kürze losgeht und zwar um 20.30 Uhr, my friends. ESL-Meisterschaft Halbfinale. Malte und ich werden das Ganze kommentieren. Das heißt hier Commentary auf Weltklasse-Niveau bei FIFA auf Weltklasse-Niveau und Cihan gegen Mo heißt das Halbfinale, das wir übertragen werden. Ja, die Cihan-Army gegen die Mo-Army. 20 Uhr werden wir aber bereits schon online sein mit den ersten Fragen und so weiter. Wird richtig nice werden, also schaltet alle ein. Der Link ist in der Beschreibung, Leute. Wir freuen uns auf euch. Malte, hast du noch was zu sagen? Nö, schaltet ein. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Bis gleich.